Hier sehen wir den Photoshop. Hier kann man schöne Bilder machen lassen. Das ist dann der Eingang vom Schiff. Kann man sich schön fotografieren lassen. Sieht ganz, ganz toll aus. Und hier kann man sich auch fotografieren lassen. Das ist ganz toll. Kann man ein schönes Fotoshooting machen. Und da gibt es jede Menge Bilder, die sind immer offen. Und hier kann man dann schön freies Promenadeck, kann man dann auch schön spazieren gehen und laufen gehen.